Meine Damen und Herren, eine Eilmendung. Es regnet in Strömen und die Leute im Highlander sitzen mitten im Regen fest. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, was für ein Light sie da oben hat tragen müssen. Eine Erkältung und ein Taschentuch gibt es kostenlos dazu. Anscheinend hat auch die gute Nessie bei dem Regen etwas abbekommen. Wenn wir uns an den Stützen umsehen, dann sehen wir leichte Rostpfützen. Ich glaube, das ist normal. Der Regen war toll, oder? Der Regen war toll, oder? Die Opfer vom Highlander haben es gerade so überlebt und sind vorsichtig runtergekommen. Der Regen war ultraviol CNU.